Die Terroristen halten Hayley in der Loge fest. Wieso hat Francine das nicht kommen sehen? Stan, geh mit Hayley zum Spiel. Das wird nett. Ihr futtert Nachos und habt Spaß. Francine, das wird peinlich. Stan, was soll schief gehen bei nem Besucher-Schatzspiel? Hey, Mom, wo ist das Apfelmus? Im Kühlschrank, Steve. Hier ist nur das Wässrige von Kroger. Wo ist das von Mots? Die schmecken alle gleich. Bist du völlig verrückt? Da spielt also einer den Helden. Die Bombe unterm Dach ist scharf. Ausgezeichnet. Hey, Schwucht, weißt du was? Was? Wasser ist nass. Ich kann deine Gedanken lesen. Team, auf Backup-Frequenz umschalten. Hey, Gang, ich bin's. Keiner von euch. Wie war die Backup-Frequenz nochmal? Dad kommt her. Aber ich muss ihn wegen der anderen Bomben warnen. Nur wie? Das Dessert. Oh, Dessert. Das echte Dessert. Toi, 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 toi. Kommt ja nicht auf irgendwelche Ideen, wenn wir den Typ mit dem Dessertwagen reinlassen. Bringen Sie diese Botschaft zu Stan Smith. Er ist irgendwo in der Arena. Alle Essensverkäufer sind sehr gut vernetzt. Wir finden ihn. Wir sind wie eine Familie. Die dürfen nicht sehen, dass wir helfen. Wir trinken öfter ein Feierabendbier. Bitte gehen Sie. Wir fahren alle einen Pickup-Truck. Ich brauchte noch nie ein Umzugsunternehmen. Ich hab Crackerjacks, ich hab Erdnüsse und eine Geheimnachricht für Stan Smith. Ich habe eine Geheimnachricht für Stan Smith. Ich habe leckere, pikante Gewürzgurken. Ich bin Stan Smith, der Mann im Schacht. Ihrer Tochter geht es gut und sie sagt, unterm Dach ist eine Bombe. Hayley, kommuniziert mit mir. Wieso kriegen wir denn das nicht persönlich auf die Reihe? Haben Sie eine Tochter, Mann? Ich hatte mal eine. Unwichtig, ich muss zu der Bombe. Machen Sie mir einen Zucker-Dock Chicago-Style. Machen Sie ja viele Zwiebeln drauf. Und mehr Senf. Viel mehr Guzo und mehr Zwiebeln. Perfekt, Perfekt. Schieben Sie ihn durch. And that's how you sing the end of the first quarter song. Skycrowner. Oh, oh, keine Angst, keine Angst. Ich heiße Stan und brauche Ihre Hilfe. Niemand kennt die Halle besser als Sie. Haben Sie was Verdächtiges bemerkt? Das Blinketing ist neu. Ich entschärfe jetzt diese Bombe und Sie erschießen jeden, der das verhindern will. Ist hier ein böser Mann? Ja, allerdings, Skycrowner. Stan, die Kausimanten töten. Life is sacred. Denn it begins a conception. Weißt du, jemand hat sich große Mühe gemacht, die Bombe dort zu befestigen. Ich wäre ja sehr für einen Kampf auf diesem Balken. Das sieht sicher irre cool aus. Aber versprich mir eins. Was du willst. Nicht runterschauen. Funktioniert jedes. Oh! 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 Unnullet! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020